hallo meine lieben freunde hier ist euer 66 shadow und mit dem live kommentare für euch ja hier seht ihr ich spiel hier search and destroy mit wem mit dem embo chino und hoffentlich wird es eine gute runde weil der chino hat mich gezwungen cod mb2 zu spielen hat mich gezwungen die sniper klasse zu nehmen und er will es also machen wir es auch für ihn extra schön mal kurz hier bist du dann habe ich gleich mal jemanden das ist schon mal nice da war einer der geht da hoch mal hinterher jumpen da machte shadow seinen ersten kill alter der bederbe derbe mein ersten kill chino der hat auch schon naja 104 in 1 0 für mich es geht weiter leute mal schauen mal schauen was hier abgeht bisschen gucken hin und her laufen schauen frage mich wieso gerade mein mikrofon nicht funktioniert chino kannst mich hören hallo doch nicht da muss man mal schauen audio triton triton ok da frage ich mich wieso man mich nicht hören kann ist aber auch jetzt egal jetzt wir machen einfach mein headset auf sturm der china labert mir gerade zu viel grad hier da seht ihr wieder manche kommen von dort da unten ist noch einer den erwischen auch noch bevor den chino erwischt den habe ich erwischt die bank die bank die bank alter wo sind die alle rausgegangen nur noch einer 4 zu 1 bevor chino runde geworden 2 0 für uns chino chino fack the world und da sieht man heck aus online jetzt seht ihr schön die dummen dummen scheiß hackers aber was soll man machen ähm äh ne alter da kommt er mit der pistol der sniper weil er so viel schiss hat weil es so ein schiss hat diese ruhe und so ein sniper aber ohne scheiß hat du wend so ein alter meine fresse ihr schon mal bis in den chino zu wie der chino abgeht da hat er hört man schon den hier die quatsche machen wir jetzt alles weg scheiß hackers aber gegen die hackers kann man jetzt auch nichts machen ist unser pech grad hier chino schön konzentriert leute ja hackers 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 verkauft die gewonnen und schino dachte ich gerade den arsch ab der ist sogar erst mit 4 zu 1 aber wir haben alle die gleiche punkte 3 0 stets leute und los geht's die letzte runde destroyed objektiv 8 0 stets leute kurz vor nicht hoch wird die sch Cheryl Jo, mit dem Hardscope Endet diese Runde Der erste richtig fehl, aber der zweite hat funktioniert Hoffentlich hat dieses Live-Kommentary euch gefallen Das war euer 66 Shadow Ich bin noch vor Chino gekommen Ich bin ja der bessere Sniper als der Chino Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend Das war euer 66 Shadow Das war euer 67 Shadow Untertitelung des ZDF, 2020